oh hey ne tankstelle wie selten ich gehe mal gucken ob er drin ist oh ja mach mal ok warte mal ich guck mal ob die grüne kiste holy fuck eine grüne kiste mit dem laptop doch als wenn ich also what hast du es aufgenommen schon oder ja ja rythmokne aufnahme gemacht ich glaub dir kein mensch ne ne das sagen sie wie der apping abuse alter holy digger alter by the way ey ja genau nicht nur ein scraphele steht hier rum ein ballon genau ein ballon hier jawoll genau hat er dein kumpel gesagt gerade ja komm mal rin join mal und flieg mal ich will mal sehen wo was ein böses lachen mein lachen schiffst du immer oberschwul oder macht der kumpel bei dir schau entspannt zu lauscht deinem sinnlichen mein asm er ja das ist so krass wenn du so dicht ins mikro gehst das ist krass ok ja ist geil ne soll ich dich zum hügelpunkt quatschen ja los komm schon also ich meinte jetzt nicht in der richtung geil das ist so krass wenn du so dicht ins mikro gehst das ist krass ok ja das ist geil ne ja soll ich dich zum hügelpunkt quatschen ja also ich meinte jetzt nicht in der richtung geil das ist geil ne das ist geil ne das ist geil ne das ist geil ne boifica moinsen und willkommen bei staffel 25 mit der folge nr 9 zusammen mit ragnar hallo und seiner schwester hintergrund die sich nicht zeigen das warst du bisschen heiße meine schwester also nicht dass sie denkt hier hat man schwester größer klöten als ragnar selber das ist ein kumpel ja wir wollen jetzt uns ein handy besorgen und dann wollen wir schrägern aber ich habe die aufnahme angemacht weil irgendwann kommt bestimmt wieder mit sicherheit und ist ein kunster guck mal sind sogar christen kiste tablet laptop immer hoch da ich mache hier vorne so nix eine kleine ja war klar hat ein baum weggeploppt wachst du gerade rum jetzt habe ich gerade kisten zu hauen besser ist gerade eine kiste aufgekloppt ich kann noch mal zurück schadenräder schadenräder wills lang links rechts nach links muss ich ich habe nie da gesehen steht da aber jetzt steht dann hier hat getäuscht na ja die augen lassen nach im alter ist nicht mehr weit weg von mir ist mit mir das kann ich mir nicht verkneiden dann muss ich aber auch ein paar tonn kloppen und unterwegs sind kann ja mit genau brauchen auch voller sind kann es nicht stehen lassen es geht nicht das ist irgendwie so ja klappen manier kann die anders und er ist nicht aber ja es ist noch alles schien nach kacke wo ist das mal gucken wir nicht finden aber der will aber im klärwerk mich etwa die kiste abwerfen oder er hat noch nicht geworfen ich glaube der wird zum klärwerk können natürlich auch klärwerk ist zu machen jetzt stattdessen wenn man die chancen da ist aber schon lange nicht mehr macht wenn man abwirft wenn wir schon hier drin sind kann man mal gucken ob die christen da sind ja okay der fliegt weg keine ahnung der fliegt weiter hat er irgendwo auf dem map abgelegt hat er nicht ne hat er nicht guck mal bis nach kisten und salz da ist nix die ist auch nicht nur die machten katzensport waren was die macht einen katzensport waren keine ahnung ja irgendwie war es klar ja es ist mir halt irgendwie gerade eingefallen keine ahnung muss ich los wenn man schreddern hier oder was ja wir sind aber kommt aber nicht schlecht hörte mal gut das schreddern das schreddern das schreddern ich schade jetzt mal alles was ich so und an sich dann hier die aber man hier die bauchalter erstes solche gitarre aufheben nein ja schon geschreddert gut jetzt noch mal zum schreddern ja hier auch das dies die zahlreise ich auf die vier stück die kiste beim jump and run sieht so aus glaube ja oder ich weiß es nicht ja der pinkie der pinkie und der wacke der wacke der wacke der wacke keine ahnung oh ich kann ausmachen anwachen ist neu ja aber zugreif kannst du nicht glaube ich oder ne aber kann halt jetzt noch mehr die leute abfacken beim schreller alter ist richtig was ist los mit dir krass alter bringt aber voll ist man dauert so lange ja ja haben wir stopp schon jahre ja ein bisschen und ich bin dann 40 alter ich suche ein bisschen was sind da im momentar 5000 ich schreibe die ganze zeit stoff ne du schreibe das kein stoff du schreibe das sachen aus dem stoff kommen ja oh gatt oh junge wie lange dauert denn das gleich gleich durch hm ach hier kann man nicht rüber wie behindert ist das denn ey fertig uh da ist die grüne kiste wo äh warte ich äh ich komm mal runter hui ich bin hier unten jetzt schon da oben ist er da war definitiv gerade eben noch kiste oben aber sicher ob grüne war oder eine normale ja ja was was zu essen ja wenn du was hast mitzunehmen die dinge jetzt suchen wir weiter hier hier können wir uns kippe die auch nehmen wir ja dann notfalls ja wir können ja mit dem weiter fliegen und suchen uns zu klein oder beide nicht wenn die anderen später unten kommen brauchen wir wieder können wir schuldigen kiste kiste und die 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 wenn du hier gebraucht wird sie kein brauchst du kein künstler 100 gefühlt ist es so holzbauer holzmauer ja manchmal also schwimmflos nämlich jetzt keine mit kiste ich war der meinung hier irgendwo welche arschkampacken jetzt sozial weg gehabt das ist so asozial alter diese schatten was haben sie die spielautomaten wieder völlig kernbehindert alter und sinnfrei weil ja was muss man jetzt kein heli jungen als scheppert wer in dem boxen wenn du darauf klopft ja aber es ist passt schon ist okay wirst du dein kumpel bestimmt jetzt hoffentlich bald rausschmeißen mit zwinger zwinger ja alles klar was jetzt aber jetzt schon wenn ich was ich antworten sollte deswegen einfach ja ich weiß es stinkt auch ziemlich aber was soll ich machen wenn er zu besuch kommt was wie ich ich kreife alles in denen an die 1 zu besuch mit mir was haben schon so versuchte kommen wir wieder ach so das war zum mittel einfach nehmen und sag mal kurz ja gott einer ist kann ich sagen dass sie kein heli gibt meine fresse immer denn wenn es ankommt ist doch fürchterlich zum beispiel wieder wieder letzte folge an der selben stelle alter ja oh hey eine tankstelle wie selten ich gehe mal gucken ob er drin ist oh ja mach mal okay warte mal ich gucke ob die grüne kiste holy fack eine grüne kiste mit dem laptop doch als wenn ich also wort also aufgenommen schon ja ja rücken aufgemacht ich glaubt ihr keine scheiße nene sagen sie der apple abuse alter holy digger alter by the way ich wünsche euch noch viel spaß was wo wann wie wo und diskurs macht weiter ins team mehr schreibt mir einer ja stimmt von täglich kann ich auch doppelte dosis täglich einsteigen wenn er möchte kann aber nicht stream wenn ich eine staffel aufnehmen das geht nicht ja weil sie die zuschauer ja jetzt schon wie alles aussieht und wenn sie folge eins machen ach ich weiß schon wozu bauen genau das ja auch nicht ja jetzt luft holen nicht vergessen es ist weit und breit kein fucking hedi alter also ich bin schon extrem weiter als du doch nicht unbedingt bin ich wieder voll ja hör auf kann ich ja ich merke jetzt schon das ist nicht gut ich glaube ich habe fast zu viel ok ich bin auch schon wieder voll meine fresse es muss doch hier irgendwo ein scheiß hedi geben erzähl mir doch nichts ja nicht mal ein scrap hedi steht hier rum im ballon genau ein ballon wir hier ja wohl genau hatte dein kumpel gesagt gerade ja komm mal rin scheuen mal und flieg mal ich will mal sehen boah was ein böses lachen da mein lachen schimpfst du immer jetzt ist ja mal oberschwul wie kannst du nachmachen so schwul ist er bitte bin ich gelaufen links rechts 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 da müssen wir jetzt links laufen ja läuft schon mal links ich hab ein gaul ich versuche mal hier rechts irgendwie noch ein irgendwann aufzutreiben das kann doch nicht so schwer ach nee ich bin ja schon bei der rachen gottchen ach nee du machst genau du machst du mal was du machst immer so das ist das schwule bei dir nee so gut wie du kann ich das nicht ja genau bloß nicht also zwei meter fünf oder was du da groß bist und so ein lacher alter ist es meter 90 90 so wenn man scheiße stapeln leute der ist aber alt ja aber immer noch wirksam alt aber nicht veraltet ich hab mal schwefel mit ab so hier ist noch mit als familie reden laske lasse es liegen und in dem schwefel muss ich nehme schwefel mit und keine tonnen schwefel macht bummen toll machen muss ja aber ohne ton wir brauchen ton zum lernen für buch alter wir haben übel ziel lernen zum für bummen also so ist es nicht da haben wir gerade mission vor uns hier jetzt irgendwie hieß und dann zwischen damit dann halt und dann bummen wir müssten mal nur noch in geräusche reden leider hier ist viel spiel von einschränke zwei spiel von eisen eisen kommt schon es gibt mir doch ein mann hier sind der nächsten tankstelle gleich hier kommen wir schreddern es ist ja unfassbar jetzt kann ich da nicht nirgends mehr auf dem server ja genau sitzt auf dem pferde sagt zu mir lauf weiter voraus sei gesagt was für einen heli kleiner und kleiner zwei helis ja heute mpc mein ja kann machen ach komm die fressen aber auch das ist ja unnormal alter und dann auch schießen man denkt okay ja und dann erlebt immer noch ich gehe schon mal vor und schreller ich hätte es auch eine sehr schöne stelle zum braun muss man ja sagen leider nämlich dass die kleine putze steht ja und heißt wer weiß vielleicht steht die reine aber das gibt es natürlich nur hier auf dem besten server der welt die dosse lassen uns kalt helder machen uns nichts denn wir sind ich werde mal ich werde mal die community ein bisschen drauf aufstacheln die sollen jetzt mal bei facebook bei whatsapp alles überall egal wo immer gibt in kante werbung machen habe ich das jetzt noch nie gemacht vielleicht soll ich mal machen und explizit das server ja auch noch gefühlt und grüne kiste da ja auch ist noch eine keine kiste hier ist auch keine kiste ok und wer macht der kumpel wie immer noch eier kreuen bei dir ja schau den schauen zu den lauschten im sinnlichen mein as im eher ja ist es so krass will ich das ist krass ok es ist geil quatschen ja das kommt schon also ich weiß jetzt nicht in der richtung ja wenn ich jetzt welche wegfliegen sehen würde mein heli dann ist ja aber echt bahnhammer paradise angesagt man kann nicht ausschalten hier der geht nicht wenn du dran bist immer raus und versuch mal mich wegzudrücken also da also ich meine jetzt hier dran zu gehen dass du den ausmachen kannst also bei mir geht es jetzt bei mir auch schlauze personeller hast davon bisschen schon ich weiß nicht irgendwie von sesam straße wenn es mich an irgendein tiffi nicht der komische vogel hier diesen komischen welche vogel tiffi von der sesamstraße nein da war doch hier ist der benjamin ne quatsch der große brummenbärer tiffi hallo ich weiß den namen nicht mehr alter sesamstraße tiffi brummenbärer kennst kennst du die sesamstraße ja sicher kenne ich die sesamstraße aber ich kenne keinen tiffi und brummenbärer tiffi ist dieser gelbe vogel und und der berg hieß hieß nein warte mal samsung sagt es ist samson oder sowas ja stimmt genau samsung nur samsung wie samson irgendwie so genau ja das recht stimmt stimmt an den erinnerst du dich immer der läuft immer so trottelig rum wie du redest alter vielleicht sehe ich so aus wie er das würde mich nicht verwundern alter vielleicht bin ich auch manuel neuer das bezweifle ich aber irgendwie ich glaube wir machen erstmal jetzt die schluss mit der folge oder was ja ich denke mal wenn jetzt doch schrägern gehen das dauert zu lange denn alles dann ist es halt eine gequirlte scheiße rederei folge überschrift steht gut ja okay alles klar denn reingehauen oder ja tschüss tschüss verdammt jetzt haha au und ja 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 ja